Und herzlich willkommen zu einem Video auf meinem Kanal. Ja Leute, heute... Stimme, sorry. Heute sind wir... Äh... Mit Zuschauern... Zuschauern, ja genau, Zuschauern. Ich weiß nicht, wie man den Namen ausspricht, sorry. Ja, ich glaube, Adam Lollemax. Tut mir leid. Äh, und ähm... Ich weiß nicht, ähm... Wo der andere steht, aber egal. Genau, ähm... Aber ja, heute wollte ich mit denen Satz dann traden. Was traden, Leute, für mein Flauert Känguru, ist nicht mein Flauert Känguru, das ist von meinem Bruder. Hab ich mir ausgeliehen, gebe ich ihm auch später wieder. Aber das ist mein Bruder. Und der hat mir, ähm, ausgeliehen für das Video halt zum traden. Und ja. Ähm, ich schreib mal, ja. Äh, ja, das war gerade mein Bruder. Äh, ja. Ähm, ja genau, äh, jetzt kommt der auch noch, äh, Adam... Adami Max, glaube ich, heißt der. Äh, ja, ich glaube, er heißt Max, was weiß ich. Äh, ja. Auf jeden Fall, ich wollte mit denen zwei... Also nicht mit meinem Bruder, weil, ne? Mein Bruder gehört nicht dazu. Er ist nur hierher gekommen. Ähm... Äh, okay. Ja, ich soll... Die wissen auch nicht, dass das Video losgeht. Egal. Auf jeden Fall, heute ist das Video was traden, Leute, für meinen Kangaroo. Äh, ich schreib mal... Ich... Ich kann nicht schreiben. Ich gehe in die Mitte... Traden. Der grüßt gerne raus an euch. Zwei. Und natürlich auch an meinem Bruder. Ihm könnt ihr auch gerne auf Roblox folgen. Er heißt XX Roblox. Er heißt XXXX40. Da könnt ihr auch gerne folgen. Sorry, dass ich heute so leise rede. Ich weiß nicht, warum. Und ja, äh, ich gehe jetzt erstmal in die Mitte. Mein Bruder ist gerade irgendwie... Und bin mal wieder dabei, Leute. Da dachte ich... Ja. Er ist wieder dabei. Und ja. Genau. Jetzt... Ja, ich habe meine Trades noch gar nicht angemacht. Lol. Lol, ich habe einfach meine Trades noch nicht angemacht. So, äh, gut. Und jetzt warte ich erstmal auf eine Trade-Anfrage. Bis gleich. Okay, Leute, das Angebot. Aber das ist halt schlecht. Ich möchte halt für die Fly Potion offeren. Can I offer for... Fly Potion? Schreibe ich mal. Can I offer for Fly Potion? Ja, genau. Und, ähm... Ja, ich schreibe jetzt erstmal... Kokos Tio. Oder ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Sorry. Ich schicke mal schnell eine Anfrage, dass ich weiß... Ähm... Äh, wie... Äh, oder sie heißt... Can I... Egal, Leute. Ich glaube, der Kaffee ist eigentlich... Äh, er heißt irgendwas mit Kiki oder so. Dann mache ich es halt hier, wenn ich ihn finde. Oder sie halt. Äh, ich suche mal schnell. Oh, I don't know. Äh, ich weiß es nicht. Schaut mal rein. Can I offer for Fly Potion? So. Can I offer for Fly Potion? Leute, wir sehen uns gleich wieder. Sonst geht das Video 100 Millionen Jahre lang. Ist gleich. Er hat es gecheckt, glaube ich. Und ich glaube, dafür gebe ich ein Ausick. Ich weiß, ich bin sehr over. Aber, ähm... Ja. Ich weiß, ähm... Aber, ne? Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ich möchte halt die Sachen nicht. Ich möchte... Wetten, er tut das jetzt weg. Gut, das mache ich. Aber ich weiß eh nicht. Ich weiß eh, dass, ähm... Er jetzt gleich die Fly Potion wegtun wird. Aber gut. Er ist, glaube ich, noch am überlegen, ob er es machen soll. Ich hoffe natürlich, der macht jetzt nicht die Fly Potion weg. Weil dafür wollte ich ja eigentlich offhan. Mach es, mach es, mach es, mach es. Oh mein Gott. Oh, ablehnen. Äh... Bei mit Fragezeichen. Wer will irgendwie gehen? Äh, ja. Ich schreibe mal. Bin am traden. Okay, nächste Trade am Anfrage. Guck mal, was ihn da verbietet. Eine B... Eine B... Ähm... Ne, sorry. Ich habe schon mal eine B getradet. Und für die B habe ich diesen Metal Ox bekommen. Deswegen tut mir leid. Das ist an der... Von meinem Bruder eine Handelsanfrage. Aber ich gebe ihm die natürlich jetzt nicht. Weil ich brauche es nicht fürs Video. Guck. Okay. Uff. Ähm... Ich schreibe mal rein. Trading... Kangaroo. Trading Kangaroo. Ich hoffe, ich habe jetzt keine Rechtschreibfehler reingeschrieben. Ah, jetzt will er, glaube ich, offern. Er hat sehr gute Sachen. Aber es tut mir richtig leid. Es ist ein richtig gutes Angebot. Weil dieser Frostfury kostet ja Robux. Ähm... Sehr gutes Angebot. Aber... Sorry. Schreibe ich mal. Ja, aber es ist trotzdem richtig gut, das Offer. Und, äh... Ja. Also... Ja, genau. Ich warte nur, bis ich hier eine Entschuldanfrage bekomme. Und dann sehen wir uns einfach gleich wieder. Aber... Wir haben den nächsten Trade. An der Haumann Bubble. Ich glaube, das gibt es bei... Fahrzeuger. Ja, die habe ich schon einmal. Und... 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 Fly Potion. Die hat... Ich schreibe mal nochmal. Can I offer for... Fly Potion, please? So, schreibe ich mal. Jetzt habe ich noch recht drauf wieder reingeschrieben. Moin. Ja, moin. Okay. Ich weiß noch nicht, was ich dafür geben soll. Weil... Ich bin halt immer sehr ander. Äh... Ich weiß es noch nicht genau. Ich habe jetzt kein genaues Offer für so eine Fly Potion. Aber nein, sorry. Das mache ich nicht, weil, ne? Eine... Ähm... Fly Potion kann man sich hier immer im Geschäft kaufen. Hier. Ja, hier. Genau. Eine Fly Potion. 2,95 Euro. Und... Ähm... Ja. Hä? Warum schreibt der das? Ich... Okay, Leute. Oder hat jetzt Beileute geschrieben? Ja. Genau. Also... Ah, das nächste Offer hier. All right, Unicorn. Ich offen mal kurz... Oh mein Gott, no right, Bo. Oh mein Gott. Den Trade, ähm... Allein abgelehnt, weil ich ihn nicht angenommen habe. Deswegen... Ja. Ich gucke mir einfach den nächsten Trade an. Bis gleich. Der Server nach dem einen Trade. Habe ich schon geschrieben. Eine Flare of Frost Fury. Aber nein, sorry. Ich gehe jetzt in den anderen Server. Aber bis gleich. Und nächstes Server. Nächstes Glück. Genau. So heißt es. Nächstes Glück. Und... Und... Ja. Falls ihr ein Offer... Falls ihr irgendein Offer habt... Und bitte schreibt mir doch in die Kommentare, ob ihr eine Ride- oder Fly-Potion habt. Ich würde dafür auf jeden Fall ein Ausi-Eck hergeben. Das würde ich auf jeden Fall machen. Ui, hier ist der Ridge. Ich gucke mir mal auf, was hier für... Oh mein Gott, das ist ja... Ridge Server. Oh mein Gott, wenn mir lebt es gerade total... Wahrscheinlich, weil der Server hier so überlastet ist. Aber... Ich gucke mir mal trotzdem ein paar Trades hier an. Für meinen Kangaroo. Ich schreibe mal kurz rein. Trades. Ich habe reingeschrieben. Und es kommt schon gleich. Genau. Also... Ja. Oh mein Gott. Aber die werden halt irgendwann mal gar nicht mehr Wert haben. Und ich habe halt schon einen. Deswegen tut mir das sehr leid. Weil ich finde, die überhaupt nicht besonders... Also die werden bald überhaupt nicht mehr besonders. Und deswegen... Nee, sorry. Tut mir leid. Ich muss sich leider diesen Trade ablehnen. Ich glaube, er kommt nicht in den Server rein. Alter, lol, magst du das keine Ahnung? Ich glaube, er kommt nicht in den Server rein. Aber ich grüße ihn natürlich. Und... Ja. Also ganz viel Grüße geht an dich raus. Oh ja. Oh mein Gott. Wann bekomme ich endlich einen Trade? Wir sehen uns einfach wieder, wenn ich einen Trade bekomme. Ist gleich. Trade, trade, trade. Okay. Oh mein Gott. Sorry. Ich habe schon einen. Und oh mein Gott. Oh mein Gott. Warum gehe ich nicht nach oben? Wo guckt mir das Offer? Oh mein Gott. Bin ich los. Aber egal. Ich habe von diesen Robins... Wie viel habe ich davon? Ich glaube... Zwei, oder? Robin. Ich habe zwei Robins. Habe ich gerade nachgeguckt. Nein, sorry. Das ist nicht. Er ab. Und hier kommt auch schon direkt der nächste Trade. Aha. 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 Ich gucke mir mal in einem anderen Video Offers für Moin. Oh mein Gott. Das ist so ander, ne? Ich bin gerade so ander. Ne, Leute? Ich wusste es eh. Ja, Leute. Was fandet ihr das beste Offer in diesem Video? Ich fand das beste Offer war ein Frost Fury. Ja, genau. Also der Server ist so rich, dass mich niemand beantwortet, weil hier schon so viele Kangolos gibt. Also zwei vielleicht. Und ja, schubst mich da weg. Er kommt wahrscheinlich nicht in den Server an. Egal, Leute. Auf jeden Fall war es das mit dem Trade Video für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Würde mich freuen. Wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder, Leute. Verspricht mir, dass ihr abonniert und liked. Weil, ne? Leute, das würde mich mega freuen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao, Leute. Ciao, Leute.